muss also ich glaub ich glaub ich hab die bohschen umrundet komm mal zurück Delfin Flupflupflupflupflupflup wie rum ich die umrunde ist egal von rechts nach links oder? von rechts nach links bitte also im Uhrzeigersinn ne gegen muss da achso ja ja jetzt hab ich's verstanden Flupflupflup der Delfin kommt zurück Der Delfin kommt zurück Ich glaub ich hab mir viel weggeklatscht Ich halt dich auf Oh ich und dann haben ein gutes Kofferkonferenz Ja Wenn du einmal befördert werden würdest Unterschätzt dich nicht Wie soll der befördert werden bitte sehr Oh da war's zu weit Ich leck durch die Karte Nein ich hab gerade zugesprungen Ähm Ja bis Kopf an Kopf Elmo Wannst du bitte mal ganz kurz James T. Kirk Äh Herr Design und Max Schustermann Hahahaha Nein nur klicken Ich dachte ich Ich dachte ich soll den Don R Balken einmal kurz ejecten aus dem Fahrzeug hab ich gehört Ab jetzt hast du eine Boost Alter du bist in einer A-A-A-Gang Alter du bist in einer A-A-A-Gang Ja also nutzt es auch Dafür stehen wir Nein Portest dich her Raven wenn du vor mir ladest bist du gefeuert Bitte Interessiert mich nicht Ist bei dir alles ok Ich werde eh von dem hinteren weg gerammt gleich bei der Wendung Der links neben mir ist Der drittplatzierte So Jenkins schlägt zu früh ein und rammt mich auch weg In vollen der Mitte das gefällt mir gar nicht Jenkins ist nicht dabei James de Kirk Ach hier Kirk men ich Den ramm ich auch mal weg vielleicht Was Rammst du nicht weg Klar, Junge. Scheiß auf dem ersten Platz. Ich ramm dich weg. Ja, toll, danke. Ja, bitte, bitte, mach doch. Ja, bitte. Oh, komm, gib mir das Geld. Ich bin voll arm und so. VDM, Gigi. Kann die Bulle noch nicht sein. Angekündigter VDM incoming, warte. User joined your channel. Moin. Moin. Ja, die haben wir ja nicht. Die selben. Kurze Frage. Ah, ich seh die Bulle. Ich seh die Bulle. Kurze Frage an den Sani. Gibt's auch normalen Sani-Deeds heute oder nicht? Äh, da dürfte ich nicht welche da sein, die wir normal machen. Gut. Also zwei, die, ja, zwei sind auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall drei hier da, die denken wir normalen Sani-Deeds machen. Hau ab! Gib nach, wenn ihr verliert. Alles klar, dann warte ich. Gebt's auf, wenn ihr verliert. Hört auf! Macht keinen Scheiß. Hör auf! Ramm mich nicht! Gibt dich mit dem zweiten zufrieden, Herr Polizist. Muss auch mal verlieren können. Lass es sein. Lass weg! Ey, was macht ihr das? Was? Nein! Meine Engine ist gut. Alter, du bist nicht! Nein! Danke schön! Dorn, wir haben ganz gute Karten noch. Oh Mann! Dorn, wir haben sehr gute Karten, wenn ich das so wiederum sage. Ich ramme Don voll weg jetzt. Ja, du musst schon rufen. Dorn, Angsthase, 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 Angsthase. Ja, dann ruf! Angsthase. Das machst du nicht. Ich fahre erst mal. Ich fahre erst mal. Alter, wer fahr das von euch? War das so nötig? Platz in Kampf 2 und Platz 3. Raven Graine gegen Donnerweide. Eigentlich will ich nicht immer gewinnen. Ich gewinne immer die Wenski. Hey, ich fahre nur noch 50. Ich gebe euch noch ne Chance, okay? Ich hasse euch alle! Ich fahre ohne Schiff. Mach mal's so. Oh! Oh, John! Das hast du gut gemeint, die Wände. Wer ist auch explodiert? Schön hängen geblieben, der ist explodiert. Ja, der Cop und der Zwift sind explodiert. Wurde vom Cop disabled. Wer kommt denn da angefahren? Kurze Frage, wie lange hält dieser NSD-Effekt an? 15 Minuten. Wie viel? 15 Minuten. Wer kommt denn hier angefahren? Scheiße, gibt es eigentlich ein Gegenmittel? Hey, noch mehr Energie. Steffen Loden, er ist auch noch unterwegs. Okay, dann verreck ich mal. Ja, ich soll nie wieder werfen. Okay, Logan. Schon fast verhälen? Ja, mach das. Voll um. 50, 50. Na gut. Hau rein, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Welcher ist denn der von den beiden? Der Link. Nein, der Rechte. Der Linke von dir aus. Von dir aus, der Link. Von mir kriegst du auch noch mal die Hälfte, wenn du reinfährst. Wir können als Nächste so. Ja, da schafft er nicht mehr. Ah. Das schafft er nicht mehr. Das bin ich nicht. Hallo. Das bin... Ich weiß nicht, wer von euch mich weggerammt hat. Der Kopf war das. Ganz klare Polizeigewalt. Ja, ja. Ja, ist echt so. Du, du kriegst eigentlich... Übrigens kriegst du jetzt...